Hallo Leute, ich hoffe ihr habt ein paar schöne Adventstage verbracht, Weihnachten steht vor der Tür und bevor das Fest dann so richtig losgeht, möchte ich euch noch ein Buch ans Herz legen. Und zwar geht es heute um das Buch in Sachen Josef von Husch Josten und um was es darin geht, das verrate ich euch jetzt. Die Bibliothekarin Helen und der exzentrische Josef sind schon seit Kindheitstagen miteinander befreundet. Das ist tatsächlich schon eine Sandkastenfreundschaft, Helen hat sich irgendwann mal als Kind am Finger verletzt, hat diesen glaube ich sogar verloren und Josef war für sie da und das hat sich dann tatsächlich bis ins hohe Erwachsenenalter nicht mehr geändert. Die Helen kümmert sich derzeit um den pflegebedürftigen Vater, weil die Mutter im Krankenhaus liegt und genau während dieser Zeit hat sie zwei Träume. Sie träumt zweimal vom Tod ihres geliebten Freundes. Das macht ihr große Sorgen, denn sie hält diese Träume für eine böse Prophezeiung. Sie hat nun den Drang, das Leben von ihrem Freund, von Josef zu ordnen, so ein bisschen. Wie gesagt, er ist eher so ein, ja ich möchte nicht sagen Chaot, aber wie ich schon sagte, ein Exzentriker. Und ja, ob Josef das überhaupt möchte, ob er ein geordnetes Leben möchte und warum mich das Buch am Ende ziemlich überrascht hat, das erfahrt ihr, wenn ihr in Sachen Josef selber lest. Ich werde jetzt ein paar Details zu den Stärken und Schwächen dieses Buches nennen. Es gibt nämlich durchaus auch Kritikpunkte, aber ich lege mal mit den Stärken des Buches los. Es ist euch sicherlich schon aufgrund der recht kurzen Zusammenfassung der Geschichte aufgefallen. Es passiert nichts augenscheinlich Großes in diesem Buch. Es ist tatsächlich auch mit, ich glaube, etwa 170 Seiten. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, so etwa 170 Seiten. Ein sehr schmaler Roman und trotzdem ist es ein tiefsinniger Roman. Tiefsinnig, aber dabei nicht humorlos. Also es ist ein durchaus humorvoller Roman. Was mir sehr viel Spaß bereitet hat, ist Helens Sicht auf ihr Umfeld und die Person darin. Richtig gut und pointiert waren die Dialoge. Dabei hat mir wiederum besonders viel Spaß bereitet, wie Helen diese Dialoge gedanklich kommentiert hat. Das fand ich sehr gelungen. Da hatten wir eben auf der einen Seite die Dinge, die Helen sagt und auf der anderen Seite die Dinge, die Helen zusätzlich denkt. Das fand ich wirklich gut, wirklich gelungen. Trotzdem muss ich auch ein paar Kritikpunkte, wobei es ist eigentlich nur einer, wirklich loswerden. Und zwar ist es die Tatsache, dass mir das Buch teilweise etwas zu kühl daherkam. Gerade für eine doch so warmherzige Geschichte war mir das schon fast analytisch kühl. Mir hätte tatsächlich etwas Sentimentalität gut gefallen und ich möchte jetzt unbedingt nicht verwechselt wissen, Sentimentalität und Kitsch. Denn Kitsch meine ich ausdrücklich nicht. Ja, aber ein bisschen Wärme hätte der Sprache vielleicht ganz gut getan. Ich fand das teilweise alles sehr distanziert. Das ist aber vielleicht auch eine Frage des Geschmacks und genau deshalb werde ich einen Ausschnitt der Lesung der Autorin verlinken. Schaut einfach mal in die Infobox. Dort könnt ihr euch einen kurzen Auszug aus dem Buch anhören. Die Autorin liest das selbst vor und dann könnt ihr entscheiden, ist das nun was für mich oder nicht. Mir hat, und das spricht das Buch, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb wünsche ich allen, die es lesen werden, viel Spaß damit. Und auch allen anderen wünsche ich jetzt ein frohes Weihnachtsfest, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vorher nicht mehr zu sehen sein werde hier. Lasst es euch über die Feiertage gut gehen und danach sehen wir uns dann wieder. Deshalb sage ich jetzt, bis dahin bin ich hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder und bis dahin sage ich Tschau und Adios.